Oh Gott, damit, Alter, welch du rausgehst. Du nicht, Alter, du nicht. Sven, Alter, was war eigentlich bei dir los? Loli war nicht wirklich. Äh, nein. Keine Ahnung, ich hatte, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer bei diesen dummen Gegnern, hatte ich immer so einen Millimeter über deren Kopf gezielt. Das war so schlimm. Jedes Mal. Jedes Mal. Du ziehst über den Kopf, ja? Ja? Kannst du das vielleicht so machen, dass du deinen Monitor vielleicht so ein bisschen nach hinten neigst? Dann? Das ist halt echt ein guter Tipp, ne? Dann guckst du anders drauf, dann hast du in einer Winkel, wodurch du ein bisschen weiter runter zielst. Okay. Ich muss es nämlich auch machen, sonst würde ich 30 Kilometer über den Kopf rüberziehen. Oh, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Nee, ich wollte sie messern. Scheiße. Alter, ne Hummel. Oh, ist die weggeflogen. Sch***. diese aber er hat mich schon er hat mich schon jünger geschätzt aber ich bin ehrlich alter ich glaube ich dass er mich noch länger geschätzt dass er mich so jung geschätzt hätte wenn ihr nicht gesagt hätte ja gut aber ich muss sagen ich bin ich bin nicht so mit 14 jährigen zusammen also da habe ich irgendwie die perspektive daran verloren ja schon wie aber ich mein wie alt bist du 20 20 wenn selbst du sagst du schon so 24 gefühlt alter dann muss ich das irgendwie schon so anderen wie deine freunde gefühlt noch die fotzen er soll nur ein sohn ich glaube einfach on-site. Einfach durchs WINDOW rein. Ok, das war vielleicht. Ventu nicht hinlegen. Ventu! Ich kann es nicht! Ich bin enttäuscht von dir. Ja, ich weiß. Ich bin selber von niemandem enttäuscht. Cool. Hat meine Mama auch gesagt, ich bin eine Enttäuschung. Äh, wie hat er das nicht getroffen, Alter? Was für eine Schnitzepanade, Junge? Das ist echt schlecht. Du bist auch okay, knuspriger Schnitzepanade. Du bist auch okay, knuspriger Schnitzepanade. Du bist erst so eine trockene Schnitzepanade. Was denn das? Was? Was macht er da? Und seit dem Schritt wehe ich ja. Ja. Er wartet so mega lange. Er weiß genau, wo er kommt. Und dann verkackt er oder? Ja. Die Mira-Winze ging getrunken davon. LOL. LOL, was? Hä, wie geht das? Hä? Hä? War die, war die irgendwie, irgendwie gedownt und die Alibi hat dem, was in die Fresse geworfen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. In dem Fall war es lustig. Ich weiß gar nicht. Boah, da lieg ich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß gar nicht. Was sieht so aus über den Laufansatz? Er ist so beobacht. Was macht er jetzt? Oh Mann. Oh Mann. Hm. Ja. Na normalerweise habe ich hier Black-Eyes, Alter. Und jetzt sowas. Ja. Bitte? Gibt's Black-Eyes für die Diegel? Nein. Nein. Noch nicht. Zunächst Black-Eyes, wo rauskommt, sind für Schilde. Blitz, Monty und so. Ja, aber ich dachte das wäre es, gell? Ja. Let's do it. Protect the Biohazard Container at all cost. Sipping up a diversion. Warte, man hat's von Urteilchen gesagt. Du kriegst dadurch aber Schaden, ne? Ja und nur 10. Ja, das kommt in dem Mode hierbei. Nein. Ich will auch nicht darauf an. Aber und das ist verdammt lustig jetzt. Und ich sei mir so in den Kernen. Fahrst du da zu mir? Wie so ein Stier, Alter. Ich bin hier ein Stier als Fernzeichen, Alter. Schau mal. Was? Sind alle dort? Hacker! 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 Wie ist das wirklich? Hacker! 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 Was macht der? Oh, geil, Alter! Oh, scheiße! Hacker! Hacker! Oh, mein Gott, Alter! Ihr kennt doch bestimmt diese Ferdifuchsenwürstin, ne? Diese Ferdifuchsenwürstin, ne? Digga, ich schwöre, ich bin so süchtig nach dem Ding, weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, nicht, nicht mehr, ob es die in der Schweiz überhaupt gibt. Echt? Was? Dann habt ihr echt was verpasst, Alter. Nee. Junge, ihr habt echt was verpasst, Mann. Das ist Kindheit, ja? Ist echt so, Alter, ich schwöre. Haha. Das ist einfach Kindheit. Nee, wir können da nur diese Mini-Pick-Dinger heißen, die da. Das ist bei uns Kindheit. Aber nicht das Ferdifuchs-Zeugs da. Ferdifuchs. 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 Ferdif GC-Din. Ferdifuchs. 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 Ja, da geht. Wenn du mir nicht. BIT, ich bin nicht. Du bist gar nicht. Wie ist das neue Arschloch? Du bist gar nicht. Gar nicht. Da ist noch einer im Fenster. FENTU! Ja, da ist noch einer im Fenster. FENTU, du bist ja tot. Das ist so funny. Hehehe Doppelwinter Doppelwinter Do you right? Ja da da Aha Oh man Oh man Ich muss doch mal den Kill kriegen, weil er schon dauernd zu lang aimed auf die Gegner hat. Hehehe Oh mein Gott Ja Wie lange noch? Sag mal wie lange willst du das noch machen? Sag mal wie lange willst du das noch machen? Hehehe Hehehe Wann macht der? Wtf Ah was wartet der denn? Boah was? Guck mal, Gridlock fliegt drei Meter und ist ausweißen. Statt kommt Natomeinschlag wenn wir aufkommen. Boom Jungen Ich dachte jetzt die Map weg. Hehehe Hehehe Oh man Da ich noch mal Hehehe 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 Boxtek eigentlich schon wieder da? Ne? Ob Boxtek schon wieder da ist? Nein Da ich bin grad wieder gekommen Hehehe Hehehe Ey, anderer Tod vielleicht Lade sie mich ein? Mh mh Na, ohne rein Wie wird der erste? Der ist auch scheiße Warum stießt den dann? Ja, der kapiert sie mit den beiden Aha Ne, weil der ist nicht mal besser Aha Ah, dein Ernst? Ja Nein Ey Sven, jedesmal bin ich dein Name, denke ich, dass du schierst David, Alter Rechts und links kämpft noch Ha, du Opfer Nicht der schon wieder Hahaha, ist immer der letzte Wow Ich wette, dass das Toxic mit dem Mann ane konnte, aber das die ganze Zeit verarschen Hm, ist so Ja, Nick, hast du Schnitzel verraten als Account? Was? Okay, nein Okay, nein Ich finde das so geil, ne? Ihr seid jetzt die ersten, mit denen ich, äh, zocke Praktik sein kann Nein, ich bin die ersten, mit denen ich zocke, ja okay, zocke sie dann auch, ja, 0 Aber, ähm, die mich noch nicht darauf angesprochen haben, dass ich zwischendurch einfach übel schnell rede Glaub mir, ich wollte das gerade tun Glaub mir, ich wollte das gerade tun Scheiße, das ist Moments genau, was sagt Aber nur, weil Schweizer mega langsam reden Wir können überhaupt nicht schnell reden Also so schnell wie du redest, niemals Weißt du, woran das liegt, dass die Leute dich darauf ansprechen, dass du zu schnell redest, weil deren Hirn nicht schnell genug arbeitet? Echt so, weil sie einfach nur nen Scheiß hier haben No, no offense, gell? Ja, okay, ähm, hier meine Karte ist nicht zu gut geboostet Ähm, meine Karte ist nicht so gut geboostet, aber ich habe eine, äh, 1,3-Karte jetzt so Ja, ne, man ist echt so Das ist einfach mein nicht gewohnt, dass eine Schraube wie schnell ist Beispiel Englisch Ich hab mein Schatz gesagt, ich war in London Das ist noch schneller als Deutsch Digga, aber noch gut um, ich würde mein englischer Rindiger, also dann geht es nicht so Hab ich dann derjenige, der in England auf der Straße rumschreit.